Ich kann mich nicht zurücklehnen. Nochmals viel zusammen? Ja, so. Ein bisschen. Ah ja, aber so, gell? Ja, aber ich lehne auch. Aua! Ah ja. Oh ja. Ah. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. So, jetzt sind wir rüber. Jetzt warten wir, ne? Denk ich mir mal. Ja, bei der ist schon. Abfahrt, die zweite Schwadenpark, Windwasserbahn. Oh, ich bin voll nass. Meine Hose ist nass, mein T-Shirt ist nass. Aber bei der Hitze ist das ganz okay. Danke. Vielen Dank.